so hallo zusammen jetzt mal wieder mal was für alle mit schwerpunkt auf die für die fortgeschrittenen schüler ich habe jetzt die blues begleitung in A ich spiele zuerst mit bei meiner begleitung dann können alle anfänger oder leicht fortgeschrittenen mitmachen und die vorgeschrittenen schüler können dann eben mitsolieren wir machen es so ich sage eben irgendwas so wie im unterricht und mache einen vorschlag und bearbeite ein thema aber während dessen spiele ich immer gleich und dann können sie das zurückspülen wie immer auf pausen und langsam abspielen und es gibt verschiedene sachen die ich im unterricht erwähnt habe wo man vielleicht nicht dazu gekommen sind oder was vielleicht hilfreich wäre wenn man es so wiederholen können im video okay so ich war mal einfach begleitung dann zeige ich den ton material und dann so liege ein bisschen und rede einfach ein bisschen mit so die begleitung geht so a 2 a 2 a 2 3 4 fail fail so bitte d a seite 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 a Bis dahin! So, jetzt habe ich einfach nur Plusskalen A rauf und runter gespielt. Mal von oben nach unten und mal wiederholt. Geht auch, kann man auch gut solieren. Man kann sich zum Beispiel auf zwei Seiten konzentrieren und nehmen eine Melodie, die man selbst findet, wiederholen. Zum Beispiel... Auf der Haar Seite auch... Apex von... Entschuldige. Mit Dynamik arbeiten. Auf beiden Seiten. Was man noch ganz cool machen kann, ist mit der Harmonie mitgehen. Hier haben wir ein A. Dann kommt ein D. E, F, G, A, H, C, D. Und dann wieder ein A. Also die Power kurz. E, D und A. Jetzt spiele ich mein Blues-Solo, Blues-Gala überall in dieser Position. Also erste Position. Fünfter Bund. Kann ich selber noch einmal spielen hier oben. E, D, A. Das kann ich auch wild herumzulieren. Vor下面. Vorher. Vier, VierZf, VierZf. Jetzt wieder VierZf. Vierzf de bun! Vierrot rechts in da. Jetzt haben wir mit Motiven gearbeitet, was man auch machen kann ist optisch ein bisschen arbeiten. Eine Figur auf verschiedenen Seiten probieren und auf verschiedenen Lagen, zum Beispiel ich spiele auf der H-Seite und wiederhole das. Verschiebe es, jetzt probieren wir nochmal, nur das zu spielen, jetzt machen wir wieder immer im Timebleiben Groove. Jetzt steht es. Und mit dem baue ich Spannung auf. Jetzt baue ich Spannung auf und spiele was anderes dazu, frei improvisiert mit unserem Tonmaterial, um ein bisschen zu entspannen, also quasi ein Satz, ein Nebensatz. Lagerwechsel. Wie geht das? Wo sind die Noten? Das Beste ist, wer, weil man es einfach hört. Wo gibt es noch? Und auf das aufbauen. einfach rauf rutschen. ein bisschen herumspielen hören schmähes finden seine eigene tricks ja kann alles machen okay einfach mal aussoppieren jetzt spielen wir sie einfach so ja 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 Musik 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 So Noch einmal zurückspülen, mitspielen, mitspielen, mitjammen Vielleicht lasst es mal laufen einfach ein bisschen, dass ihr einmal seit lang ohne meine Gelaber und gedudelt, gedadelt das anhören könnt. Okay, ihr lasst es mal zwei Chores laufen und dreht vielleicht noch ein bisschen auf und dann könnt ihr genauso diese Note zurückspülen und das markiere ich in den links unten. Brab die Hände waschen, Rock'n'Roll. Musik 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 So, viel Spaß beim Üben. Ciao.